Hallo ihr lieben Fahrpiloten, mein Name ist Tim und heute zeige ich euch, wie ihr in DaVinci Resolve 17 ein HDR-Grading machen könnt, und zwar ohne HDR-Referenzmonitor und speziell für YouTube. Also das ist der Kontext, wollt ihr wissen, wie es geht? Auf geht's! Als erstes nochmal wirklich der Hinweis, dies ist kein Tutorial, welches alle Aspekte von HDR abdeckt, okay? Dazu ist das Thema viel zu umfangreich, es geht also wirklich nur darum, euch einen Weg zu zeigen, wie ihr ohne einen Referenzmonitor in DaVinci Resolve 17 ein Base-Grad in HDR erstellen könnt, aber nur für YouTube. Dies hat nichts mit HDR für TV oder Streamingdienste zu tun, okay? Nur nochmal zur Abgrenzung. Wenn es um das Color-Grading in HDR geht, kommen schnell tausend Fragen auf. Besonders schnell wird klar, dass HDR-Color-Grading ohne einen echten HDR-Referenzmonitor nicht vernünftig oder eigentlich auch gar nicht möglich ist. Und wenn es dann noch um HDR für YouTube geht, nun ja, da wird es dann nochmal ein bisschen spannender, denn YouTube generiert die SDR-Trims automatisch selbst und diese sehen dann meistens viel zu gesättigt und auch besonders in den Tiefen nicht besonders toll aus. Dieses Phänomen hat man aber auch, wenn man mit einem HDR-Referenzmonitor arbeitet. Auf alle diese Punkte werde ich aber noch in gesonderten Videos später eingehen, die ich also da noch machen werde. Also am besten den Kanal gleich abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Ich möchte heute all denen, die keinen HDR-Referenzmonitor haben, mal zeigen, wie man trotzdem indirekt in HDR graden kann, also halb blind quasi, aber es geht und darum geht es heute. Im Grunde ist es ganz einfach. Ihr stellt hier in den Project-Settings zunächst das Color-Management, ganz simpel auf YRGB Color-Managed, hier oben, okay? Jetzt wählt ihr das Preset HDR-REC2020 aus und für den Output Color-Space setzen wir ebenfalls REC2020 und zwar hier auf 1000 Nits. Okay, außerdem setzt ihr noch das Häkchen für HDR-Mastering 1000 Nits und hier weiter unten das Häkchen für Enable HDR10+. Okay, wer möchte, kann sich noch Dolby Vision enablen, also ich mache das jetzt mal, weil wir werden das brauchen und warum, das zeige ich euch gleich. Okay, und jetzt müssen wir noch in den Master-Settings, hier im Abschnitt Video-Monitoring, die Data-Levels auf Full setzen. Bitte unbedingt merken, HDR ist immer mindestens 10 Bit und immer Full. Die Video-Levels. Niemals Video-Levels benutzen, bitte auch beim Rendern beachten. Ach, und übrigens, wer einen kleinen HDR-fähigen Kameramonitor hat, der kann hier unten im Video-Monitoring auch Enable HDR Metadata over HDMI, also über HDMI aktivieren und diesen Monitor an seinen Rechner anschließen. Da schickt DaVinci Resolve dann die HDR-Metadaten über HDMI auch an euren Monitor, gilt im Übrigen natürlich auch für jeden anderen HDR-fähigen Monitor, also zum Beispiel ein OLED-TV könnt ihr auch nutzen. Somit hättet ihr wenigstens die Möglichkeit, ungefähr euer Image zu beurteilen. Okay, nochmal kurz zum Verständnis. Was ich euch hier zeige, ist ein Workaround explizit für diejenigen unter euch, die über keinen HDR-Referenz-Monitor verfügen, okay? Das ist kein echtes HDR-Color-Grading-Tutorial im eigentlichen Sinne, funktioniert aber auch natürlich mit einigen Abstrichen. So, die Project-Settings sind damit schon erledigt. Jetzt solltet ihr euch noch bei Bedarf in den System-Preferences unter System General die Option Use 10-Bit-Precision im Verwertebild einschalten und gleich darunter für alle Mac-User Use Mac-Display-Color-Profiles für User unbedingt ausschalten. Das ist ganz wichtig, denn Mac nutzt eine Art eigenen P3-Color-Space, übrigens auch in QuickTime, also ausschalten. Sonst wundert ihr euch, dass die Ergebnisse völlig anders aussehen. Ich gehe hier heute nicht näher auf die Color-Space-Besonderheiten für HDR ein. Nur so viel an dieser Stelle, HDR für YouTube immer in Rack 2020, nicht in P3-D65, wie eigentlich üblich in HDR für alle Fortgeschrittenen. Ihr könnt den Rack 2020 ja auch auf P3-D65 limitieren. Bringt aber nicht wirklich viel auf YouTube, YouTube schneidet euch sowieso. Ich werde definitiv sehr bald noch ein Video zum Color-Management für HDR machen, heute würde das aber absolut den Rahmen sprengen. Okay, weiter. Die Systemeinstellungen können wir nun schließen. Jetzt müssen wir noch die Scopes auf HDR stellen. Das macht ihr hier über diese drei Punkte. Dann Waveform-Scale-Style und dann hier auf HDR umstellen. Jetzt haben wir hier in der Parade oder eben in der Waveform eine Skala bis 10.000 Nits. Uns interessiert aber vor allem die 1000 Nits-Grenze hier. Unter dieser solltet ihr möglichst deutlich drunter bleiben mit euren Highlights. Ich empfehle euch mit den Highlights nicht weit über 400 zu gehen. Besser ist sogar möglich bis maximal 300 zu gehen. Es gibt eine kleine Faustregel für HDR, die besagt, dass diffuses Weiß möglichst unter 200 Nits bleiben sollte. Das ist nur ein Richtwert, also eine Gruppe Faustregel, aber als Best Practice bewährt. Okay, ich habe jetzt hier ein Clip, von dem ich nicht weiß, was für ein Log-Format das ist. Macht aber nichts. Im Grunde kann ich nun beginnen, meinen Clip zu graden. Dazu verwendet ihr bitte die neuen HDR-Wheels hier in diesem Panel. Ich habe nichts vorbereitet, außer mir diesen Clip hier in die Timeline zu ziehen. Nochmal, ich habe keine Ahnung, was für ein Log-Format ich hier habe. Wenn ihr wisst, was für ein Format ihr habt, dann solltet ihr hier mit Rechtsklick auf den Clip und dann hier über Input Color Space das richtige Format einstellen. In meinem Fall bleibe ich jetzt bei Wechselwinter 9 und Gamma 2.4. Dadurch habe ich zwar eine schlechtere Qualität, aber das macht jetzt mal nichts für dieses Tutorial. Okay, als erstes erstelle ich mir zwei Nodes. Die erste lassen wir mal noch unberührt. Jetzt selektiere ich mir die zweite Note und wechsle zum HDR-Panel. So, und zuerst ziehe ich mir mal meine Zonen. Ich mache das mal der Einfahrteil halber nur in den Zonen Dark, Shadow, Light, Specular und Highlight. Zuerst definiere ich mir diese Zonen. Das geht am schnellsten in den Zonengraphen hier. Ich mache das mal schnell. Dabei sehe ich mir das Histogramm hier an, welches darunter liegt und passe mir zuerst Dark an. Und zwar so, dass ich möglichst wirklich noch etwas erwische vom Signal, aber nur den untersten Zipfel, also so etwa. Den Falloff ziehe ich mir so groß, dass er ein kleines Fitschelchen bis auf die Stelle erreicht, wo ich kein Signal mehr habe. Also auf diese Gerade hier, okay. Jetzt ziehe ich mir Shadow etwa hier hin. Einfach gucken, wo ihr eure Schatten anfangen lassen wollt und zwar nach unten betrachtet. Das heißt, hier oben habt ihr in den Anfassern kleine Pfeile, die zeigen in die Richtung, in welche die Zone ab dem Regler hier wirkt. Also in diesem Fall zeigt die Zone nach links, also nach unten Richtung Dunkle Töne. Ich passe mir dabei den Falloff so an, dass er bis fast an Dark heranreicht. Falloffs möglichst immer bis zur nächsten Zone heranreichen lassen, vielleicht auch einen Hauch drüber lappen lassen. Das ist ungefähr so der Bereich, wo ihr hin solltet. So, Light zeigt ihr nun in die andere Richtung. Seht ihr das? Also nach rechts Richtung Lights eben. Lights schiebe ich mir nun ganz nah an Shadow heran, weil ich ja sonst sowas wie einen toten Bereich hätte. Habe ich zwar nicht, aber wenn ich schon mit Zonen arbeite, sollen diese ja auch Sinn machen. Also so in etwa. Okay. Ich passe mal schnell noch die restlichen Zonen an. Ihr solltet übrigens dabei darauf achten, dass die Falloffs der Zone möglichst immer mindestens wirklich bis an die nächste Zone heranreichen. Oder eben diese ganz leicht auch überlappen. Dann bekommt ihr die besten Ergebnisse. Okay. Jetzt wollen wir ja mal langsam was sehen. Im Grunde liegt dem Workflow folgendes zugrunde. Folgende Idee. Immer wenn ihr etwas sehen wollt auf eurem SDR Bildschirm, müsst ihr in das Dolby Vision Panel hier wechseln. Und dann hier die Review aktivieren, indem ihr hier Enable Tone Mapping Preview aktiviert. Und natürlich hier noch die Target Ausgabe auf 100 Nits wechseln. Klar. Wenn ihr beides gemacht habt, müsst ihr nur noch auf Frame klicken hier. Was jetzt passiert ist folgendes. Dolby Vision erstellt on the fly einen SDR Trim für 100 Nits und Rack 709. Und zeigt euch das Ergebnis im Viewer an. Sobald ihr hier aber zum Beispiel auf 1000 Nits setzt, seht ihr im Viewer, dass das Bild total anders wird. Also völlig entsättigt und flach wird wie ein Logprofil. Das ist dann was im Prinzip ihr als HDR Signal habt. Aber ihr habt keinen HDR Monitor. Deshalb sieht das halt so aus. Zum Verständnis. Also einfach auf 100 Nits setzen. Es dabei belassen. Und dann immer nur Preview ein- und ausschalten. Das alles ging auch schon natürlich in DaVinci Drawf 16. Aber die Preview war immer sehr ungenau. Selbst für eine simple Vorschau, wie das Ergebnis in SDR aussehen würde, war das nur sehr bedingt zu gebrauchen. Dolby Vision ist das Beste, was man haben kann im HDR Bereich. Keiner macht bessere Farben. Dagegen ist HLG wirklich Kinderkram. Für Broadcasting gut geeignet, aber nicht wirklich für schönere Farben. Ist aber auch nicht dafür gedacht. Alles nur so am Rande. Ach, und was auch noch wichtig ist zu wissen. Wenn ich hier die Preview nochmal ein- ausschalte. Guckt euch mal die Scopes an. Die Waveform springt. Mal größer, mal kleiner. Klar. Folgendes. Immer wenn ihr auf die 100 Nits SDR Preview wechselt, seht ihr eine Waveform, wie ihr sie kennt. Das heißt, ihr habt zwar die HDR Skala, aber die müsst ihr in diesem Moment einfach mal vergessen. Also im Kopf ausblenden. Ihr seid jetzt wieder gerade im SDR Modus, was die Waveform angeht. Aber nicht die Skala, okay? Also wenn die Waveform hier oben anstößt, seid ihr jetzt im Moment bei 100 Nits in SDR. Weil wir ja im 100 Nits Preview Modus hier in Dolby Vision sind. Ich hoffe, ihr kriegt nicht gerade einen Knoten im Kopf. Ansonsten bitte erst das Video über die Scopes ansehen. Ich verlinke das hier oben rechts. Okay, ich schalte mir diese Preview aber erstmal wieder aus und fange direkt in HDR an, mal hier meine Überlichtung einzustellen. Das mache ich Zone für Zone. Zunächst wirklich nur die Exposure, nix Sättigung. Da seht ihr sowieso am besten euren Kontrast. Versucht wirklich so weich wie möglich zu bleiben. Und fangt bitte immer mit Dark oder maximal Shadow an. Okay? Und dann gehe ich zu den Lights und mache dann abwechselnd die Lights mit den Shadows im Abgleich. Meist erstmal im Wechsel. Dabei versuche ich, das ist ja alles blind, was wir hier gerade machen, mit der Waveform in den HDR Scopes möglichst zunächst deutlich unter der 400 Nits Linie hier zu bleiben. Okay? HDR heißt nicht alles hochziehen bis zum Anschlag. Das kommt gleich noch. Okay? Jetzt noch nicht. Jetzt noch die Highlights anpassen. Noch ein Stückchen. Hier. Das ist im Grunde immer ein Wechselspiel. Ich gucke dabei erstmal nur auf die Scopes. Dann noch Spekular. Hm. Na. So in etwa. Da muss ich mal noch den Fahrlauf anpassen. Die Fahrlaufs passe ich mir sehr gerne noch nachträglich an. Auch die Zonen könnt ihr noch nachträglich leicht anpassen und verschieben. Im Grunde solltet ihr immer ein Auge auch auf dieser blauen Linie hier haben. Das sollte keine Berg- und Talfahrt werden, also keine Kurve mit vielen Aufs und Abs. Versucht weiche Kurven und Dellen zu erhalten. Okay? Gucken wir mal, wo wir rausgekommen sind. Ich aktiviere die Dolby Vision Preview, führe die Analyse durch, indem ich hier auf Frame klicke. Das geht übrigens am schnellsten, denn dabei wird nur das aktuelle Frame analysiert. Da müssen wir noch aber ran. Das kann so nicht bleiben. Ich möchte das noch ein bisschen weicher haben. Schließlich haben wir es hier mit einer jungen Dame zu tun. Und da sollte doch das Image schon ein bisschen der jungen Dame auch schmeicheln. Ich würde einer Dame nie ein harsches Image verpassen. Okay. Das könnte passen. Gucken wir mal, was Dolby Preview sagt. Na, das sieht doch schon ganz passabel aus. Jetzt muss ich euch aber nochmal was zur Belichtung in HDR sagen. Ich mache es mal staccatoartig und wirklich nur die absoluten Basics. Niemals unter diese 0,5 Blackline, also hier diese Linie fallen. In HDR wird nicht gecrasht. Okay. Bitte ernst nehmen. Vermeiden. Ihr seht, ich touche diese Linie nur ganz leicht an. HDR OLED-Screens können meist ein Schwarz bis 0,35 anzeigen. Da müsst ihr aber definitiv drüber bleiben. Deshalb auf diese 0,5 Linie einfach achten. Nächstes. Highlights. Bitte zieht nicht eure Highlights bis zur 1000 Nits Grenze. Ich weiß, das verführt und sieht auch auf den ersten Blick toll kontrastreich aus. Das klappt aber nicht. Ich erkläre das in einem späteren Video nochmal genauer. Jetzt erstmal merken, max 600 bis 800 Nits höchstens. Wirklich allerhöchstens. Weiter alles, was mitten sind. Also der Körper eurer Belichtung, bitte bis max 200 bis 300 Nits ziehen. Eher drunter bleiben. Das ist wichtig. Okay. Das waren jetzt wirklich die drei absoluten Grundregeln. Wie gesagt, da kommen wir aber noch dazu in späteren Videos. So. Lassen wir mal die Belichtung so. Das könnte man so rauslassen. Aber jetzt kommen wir noch zur Sättigung. Sättigung, das ist ja so ein Thema für sich. Seht mal. Bisher haben wir hier immer an der Sättigung rumgedreht in den Primaries. Die lassen wir jetzt bei HDR völlig links liegen. Denn wir haben jetzt etwas viel Schickeres. Seht mal. Hier. Jedes unserer hübschen Zonenwheels hat einen eigenen Sättigungsregler. Ich hätte auch gerne mal einen eigenen Sättigungsregler. Da würde ich nicht immer so oft zu Süßkram greifen. Aber das ist ein anderes Thema. Okay. Und dann haben wir noch einen globalen Sättigungsregler. Hier. Toll. Und genau den greifen wir uns jetzt und ziehen den Halt. Ich zeige euch gleich mal noch einen Trick. Statt dem Vektor-Skop nehme ich immer gern die Chromaticity an dieser Stelle. So. Okay. Ihr seht doch hier das Dreieck. Genau. Das kennt ihr ja schon, wenn ihr meinen Videos folgt. Und jetzt beobachten wir gleich mal genau diese Farben hier innerhalb. Und wenn diese anfangen den Rand hier zu berühren, dann sind wir in einem sehr starken Sättigungsbereich. Ich taste mich so immer erst mal grob heran und schalte dann erst in den Vektor-Skop. Diese einzelnen Punkte hier am Rand der Farbwolke lassen wir aber mal ein bisschen außen vor. Die dürfen ruhig den Rand berühren oder auch eben halt da dran liegen bleiben. Mir geht es halt um die Wolke. Also da, wo die Farbe wirklich anfängt. Okay. So. Ach, wisst ihr was? Ich mache mal die Scopes kurz groß. Da fällt euch bestimmt schon auf, was ich meine. Okay. Noch ein Stückchen. Prima. So. Und nun guckt mal auf das Vektor-Skop. Wenn ich mir das so angucke, wir müssten ein total ungesättigtes Bild haben. Und jetzt schalten wir mal auf die Preview. Ach, wie hübsch. Wir haben ja Farbe. Juhu. Okay. Jetzt seht ihr auch, dass wir schön im mittleren Bereich der Sättigung liegen, die wir maximal haben dürfen. Aber jetzt kommt es. In HDR wird nicht so weit hochgezogen wie in SDR. Never ever. Bitte merken. Bitte seid in HDR mit der Sättigung vorsichtig. Vor allem, wenn es um YouTube geht. Ich empfehle euch, da maximal zwei Drittel zu nutzen. Ihr werdet das später noch sehen. Okay, weiter. Ich lasse jetzt mal die Preview an. Da sehen wir besser, was unsere Sättigung sagt. Im Grunde ist es ganz einfach. Je heller der Bildbereich, desto weniger Sättigung solltet ihr hinzufügen. Heißt also, Shadows kriegen einen ordentlichen Schluck. Die Highlights nur noch ein kleines Stückchen. Und ab Specular bitte das Fläschchen ganz weglassen. Okay. Und jetzt bringen wir die eigentliche Farbe ins Image. Zuerst die Shadows. Dann die Lights. Und wie gesagt, alles drüber. Bitte nicht explizit sättigen. Noch ein bisschen Shadows. Okay. Und jetzt noch einen Schluck globale Sättigung wieder rausnehmen. Ich gucke vor allem, dass meine Highlights hier im Image möglichst schön clean bleiben. Und das eher nach einem, ich sage mal, etwas unter Sättigten Image aussieht. Die Sättigung kann man blind, also ohne HDR-Monitor wirklich nur sehr, sehr schwer hier beurteilen. Da rate ich euch unbedingt mal kurz ein Frame rauszurendern und dann kontrollieren, ob die SDR-Version nicht zu gesättigt ist. Und ihr könnt ja auch testweise schon mal ein Frame hochladen auf YouTube und dann gucken, wie es aussieht. Das macht Arbeit, ich weiß. Aber anders geht es halt ohne HDR-Monitor nicht. Wer einen hat, natürlich Nutzen. Klar. So, das sollte passen. Und jetzt, da wir etwas sehen, müssen wir noch die Farbkorrektur machen. Das machen wir hier in der ersten Not. Ich mache das jetzt mal wirklich ganz fix hier im Global. Ach so, das ist jetzt hier unser Offset. Okay. Im HDR bitte den Global nutzen, statt dem Offset in den Primaries. So, das sollte soweit passen. Also, ihr lieben Fahrradfahrer, ran ans Rendern. Wir wollen ja heute ausschließlich für YouTube veröffentlichen und deshalb bitte einfach folgende Einstellung machen. Format QuickTime, Codec. Ich bevorzuge den XHR, aber dann seht ihr nichts lokal. Wer erst mal lokal auf dem Rechner gucken will, nutzt bitte ProRes. Ich nehme jetzt auch mal ProRes. Also type ProRes 444-XQ. Bitte daran denken, wir brauchen mindestens 10 Bit. Bei DNXHR können wir die Bit hier für explizit einstellen. Hier nicht. Häkchen für MBit HDR 10 Metadata setzen. Resolution mindestens UHD. Drunter geht sowieso kein HDR. Data Level Full. Bitte nicht Video. Und hier unten zu guter Letzt noch Force Sizing to Highest Quality und Force Debal to Highest Quality aktivieren. Und dann nur noch dem Kind einen Namen geben. Einen Stellplatz aussuchen. Und dann Rendern. Noch ein letzter Tipp. Wenn ihr das Ergebnis habt, einfach mal rechtsklickt auf das File und Information anzeigen lassen. Hier seht ihr dann zur Kontrolle nochmal, ob die NCLC Tags gesetzt und vor allem richtig gesetzt sind. Hier lese ich jetzt, dass es sich um HDR 10 und Rechner die Handel handelt. Prima. Also alles schick. Wer das nicht sieht, sollte aber zumindest diese drei Ziffern hier in den Klammern sehen. Also wenn ihr da 9, 16, 9 seht, ist alles prima. Steht für React 20 20 und die 16 für den PQ Standard. So ihr lieben Fahrbreitschubser. Hat einen Tick länger gedauert als gedacht, aber ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen und lernen. Wie gesagt, das war noch kein vollständiger HDR Workflow. Aber ein einfacher HDR Workflow von vorn bis hinten für Leute, die noch keinen HDR Monitor haben, das war in dieser Qualität in DaVinci Resolve 16 so nicht möglich. Da musste man wirklich völlig blind graden. Jetzt können wir schon zumindest auf einem Auge ganz gut sehen. Okay, es sind bezüglich HDR Color Grading hier noch 1000 Fragen unbeantwortlich geblieben. Ich weiß. Und ich werde Stück für Stück in kommenden Videos da noch weiter drauf eingehen. Also am besten gleich den Kanal abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Und wenn ihr Fragen habt, ab damit in die Kommentare. Ich werde dann entweder direkt antworten oder die Punkte in den kommenden Videos beantworten und mit aufgreifen. Also ihr lieben Fahrverliebten, ich wünsche euch ein paar ruhige und vor allem erholsame Feiertage. Ihr bleibt schön bunt und natürlich gesund. Macht's gut!